So, herzlich willkommen zurück zu meinem Decent 2 Vertigo Let's Play und wir gehen jetzt in Part 2 Dieses Zitare Station Level So Gut Gut, hier war alles durch Ja Dim Ja, hier ist noch das Kloakengerät Gut, was haben wir auf der Seite noch? Energy Ah, super Und zusätzlich noch die völlig verkehrte Waffe Na komm, es meine Sonne Das gibt's nicht, dass ich da nicht rin komme, ne? Echt bitter Na also, geht doch Ach, da ist der blaue Schlüssel ja schon Auch gut Hätten wir ja beim letzten Part noch besser blauen Tür machen können eigentlich, ne? Tja Wusste nicht, dass der jetzt schon da ist Gut, das war alles Nutze einen Gegner hier Auch gut So, lobe ich mir das, wenn es so einfach geht So Ich würde sagen, das Kloakengerät für die blaue Tür Und für die rote Tür die Unverhundbarkeit, ne? Jo Die blaue Tür war da hinten Wo ist sie denn jetzt? Ach, da unten Ja, okay So Alter, was ist denn hier los? Wow Yes Okay, ich bin wieder sichtbar Sollte man definitiv berücksichtigen So So Gut Das ist jetzt ein komisches Konstrukt hier Gut, von hier kam ich, ne? Ja gut Ich werde mich in der Ausgangsposition mal speichern Gut Gut Ah, auch geklärt Da ist noch ein Kloakengerät Okay Und Wow Ein Fall für die Gauss Das klang nach ITD Es ist ein ITD Aber wo ist der? Aha, jetzt hast du dich verraten, Freundchen So, speichern Gut, da ist halt ein Schalter, ne? Ja Ja Es passiert mit dem Druck Dann Ist eine Door unlocked Ja Aber welche? Oh, er ist ein ITD Ein ITD, der gerne Schwulress hätte Die muss man doch auch irgendwie aufkriegen können, die Käfigen Na, was ist das? Gott Ach, du stirbst mal bitte So, was haben wir da drin? Wo geht's da hin, ne? Kann man schlecht sehen Achso, das geht da anscheinend nur durch Ich will da aber rein Hm Es scheint wohl noch nicht so ganz hinzuhauen Mit dem reinkommen Okay Was ist mit dem ganzen Zeug hier? Ich will da hin Hm Das ist wahrscheinlich wie der Rätselraten hier Was haben wir denn hier? Tja Das ist die Frage Wie komme ich da jetzt ran? Da ist Energy So Okay Ich will da jetzt aber trotzdem ran Irgendwie Und da kam ich Und da kam ich auch Also hier Hallo Oh Ich hab doch nur mal kurz Hallo gesagt Meine Güte Ey Ich werde ja gleich wieder so aufn Wie hier Was ist Wie abhauen jetzt hier Ich seid so Ey Ernsthaft Ich hasse euch Und da ist so ein So ein Assi So genau Blödes Kamikaze Hier geht echt die Post ab in dem Level Und meine Güte Okay Na gut Hier brauche ich den gelben Ja Ja Jawoll Mach den Spawner doch noch größer Alter Schwede Was ist da drin? Oh 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 Das ist doch mein Wort Wo kam ich jetzt überhaupt da ne Genau So Da haben wir das Ding noch So Da Das Ding ist drin Genau Ich muss jetzt langsam alles verkundschaften So Da geht es da weiter Und da ist der Spawner hier unten Alles klar Ich schieße doch schon wieder was oder? Oder bilde ich mir das ein? Na gut Nee da ist nichts Gut Oh aber da ist ein Gegner Was warum hat der mich jetzt wieder getroffen? Das ist doch einfach unglaublich So Problem gelöst So Superbar Ja Perfekt So Da ist der hinten ein Na ich weiß ja wann der angeht Dreimal darf man raten Wenn dieser beschissene Spawner angeht Gut Ich werde den mal ein bisschen vorbeugen Ach Der geht ja schon an Ach nicht du Dann ausgerechnet der Wollte ich meine Waffe wechseln Dann kommt ausgerechnet dieser Ach Gut hier ist Ruhe Aber ich muss das blöde Miststück da oben noch kriegen Ja Gut dann ist aber ein Weil die ersten Spawner schon mal hinter uns gebracht Ah da ist ja noch einer drin Okay So Schon angesprungen Ich glaube der springt an wenn ich hier ganz runter gehe Auch nicht Vielleicht können wir ihn ja jetzt präparieren Aber da hinten Ich lege jetzt hier mal ein paar Bomben hin So Nein wo fliege ich denn hin Was mache ich denn hier Hier muss ich doch links So Kann natürlich noch dieses Miststück da oben platt machen Ich hätte mehr drauf halten sollen Na ja Ist ja gut gegangen So Okay so So Der Spanner Das glaube ich doch einfach nicht Mist Ähm Das regle ich anders Das ist irgendwie dumm Was ist denn das Vieh jetzt? Da glaube ich So, perfekt So 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 Hoch Das Zeug holen Guide jetzt nämlich auf alle Fälle gerne mit So So Goddammit Ist ein bisschen doof Will das tu Warte Anders Anders Ah du Arsch So So Also geht doch So Okay Perfekt So So Vielleicht Smart Das Ding will jetzt partout nicht mehr anspringen Hm Hm Tja Wann will der das nächste mal anspringen Blödes Blödes mieses Drecks Ding Gut egal Hm Ich würde vor allem sehr gerne die Secret Sachen kriegen Tja Okay Okay Na gut Dann Muss ich mal kurz Energy besorgen Do it So So Wow Wow Ehh Ich hab's gefunden Wie geil ist das bitte Tja 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 Ah wie nice Das Kloakengerät Oh Mann Das ist cool Aber Wo ist jetzt nichts klingelt Die Tür Na na Das könnten wir aber schaffen Alter das ist ja so cool So So Gelbe Tür Ich glaub gerade außen durch Genau hier Oh ja Komm jetzt mach doch Komm jetzt mach doch So Gut Puh So So sterben Und tu auch noch bitte Und tu auch Jawoll Perfekt Puh Und meine Gauss Munition leidet Aber Halleluja Oh Da gibt's aber welche Was jetzt tut jetzt von mir Hm Ist so was dagegen Dass ich den abschieße So ein Pech habe auch So Weg die Sitz Oh Oh Hi Hallo Was macht eigentlich Herr Spawner Ja das nimm doch mal mit hier So Oh ja Herr Spawner macht ganze Arbeit Irgendwie dachte ich mir das Wieso kommt immer Wieso kommt immer Ein verdammter ÜTT Wenn ich Ich die Waffe wechsle Hehehe Immer Einfach immer Nicht noch so ein Ding Sterb bitte So Okay Gut Wusste dass du anspringst Ich war Ich wusste es einfach Ich hatte das im Instinkt Dass du anspringst So Da 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 So Wo ist jetzt der obere Ausgang Was ist das denn da noch Hm Hm Ja Okay Jetzt habe ich aber die Jetzt habe ich aber das gemacht nicht Hm Alles eigenartig Nicht nur gut Erstmal Energy holen Okay So Aber da kam ich darüber nicht ran ne Um das mal abgesichert zu haben Aber ich Befrisch Doch Da hier ist doch noch mehr Hier Hm Aber Aber hier ist ja gar kein Inhalt Ja außer diese hässliche Smart Aber Aber was soll ich mit so einer Smart Ist doch einfach nur protest hässlich Was soll ich denn damit Hm Hm Ja Gut Gut Hier ist nichts mehr zu holen Und die andere Seite Ähm Äh ja nicht ne Ja jetzt habe ich hier auf der Bühne gedacht Das wollte ich nicht Gleich mal aufladen So Okay War ja Zufällig Energy da So Ähm Wo muss ich jetzt hin Zur gelben Tür wieder Ah wie komme ich da rein? Ich will da rein Aha Aha Ein Anhaltspunkt Unten Irgendwo unten Tja 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 Geh nochmal auf Ah Da ist ne Ich will da rein Ich will da unbedingt rein Definitiv, ich will da rein, Mann Ist ne Ey, da ist ne Jetzt lass mich da rein Ist da irgendwo ein Schalter zufällig Ich seh da auch kein Schalter Jetzt irgendwie Wie kommt man da rein zur Hölle Na gut Wird sich im Moment noch nicht so ganz aufklären Also irgendwie der Boden Na gut Gehen wir jetzt erstmal zur gelben Tür zurück Und dann schmöre ich euch erstmal wieder Weil der Part schon wieder rum ist So Tada Okay Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen Und sehen wir uns das nächste Mal Mit Citadel Station wieder Bis dann, bye bye